Das Vier-Sterne-City-Hotel Fortuna Reutlingen ist die perfekte Adresse für Geschäftsreisende und Menschen mit gehobenem Anspruch. In bester Lage zur Messe Stuttgart und dem Flughafen gelegen, verfügt das Haus über sämtliche Annehmlichkeiten wie Internetanschluss, TV und Minibar, Fitnessbereich, Sauna und Ruheräume. Auch die Gastronomie des Hauses überzeugt durch eine abwechslungsreiche und hochwertige Küche. Des Weiteren bietet das City-Hotel Reutlingen den idealen Rahmen für Meetings und Events. Perfektion, Komfort und Gemütlichkeit finden Gäste auch in den dazugehörigen Vier-Sterne-Häusern Alphotel Fortuna in Riederich, Hotel Fortuna in Reutlingen-Tübingen und Hotel Fortuna in Schwäbisch-Gmünd. Alle überzeugen durch luxuriöse Zimmer, besten Service und herausragende Gastronomie. Eine Oase der Gemütlichkeit finden dagegen Urlaubsreisende im Hotel-Restaurant Küberg-Alp. In familiärer Atmosphäre lautet hier die Maxime, Wohlfühlen an der Sonnenseite des Allgäus.